Die Software zum MakerBot Digitizer benötigt vorab nur einen Hinweis, wie hell die Vorlage ist. Einen Klick danach geht es schon los. Bei jedem Durchgang vollführt der Drehteiler zwei Volldrehungen, wobei zunächst der eine und dann der andere Laser seine Linie auf die Oberfläche der Vorlage projiziert. Das dauert insgesamt 9 Minuten, was wir hier im Zeitraffer zeigen. Die 3D-Vorschau in der Software entsteht in Echtzeit als sogenannte Punktwolke. Erst wenn der Durchgang abgeschlossen ist, berechnet die Software ein geschlossenes Oberflächennetz. Zeigt das noch nicht genügend Details, kann man einen sogenannten Multiscan starten. Dabei verändert man die Position der Vorlage auf dem Drehteller. Der Scanner sammelt beim nächsten Durchgang weitere 3D-Koordinaten, die zuvor verdeckte Bereiche detaillierter erfassen. Auf diese Weise kann man beliebig viele Scans derselben Vorlage miteinander kombinieren. Die Software packt die Punktwolken aus den einzelnen Durchgängen automatisch zusammen und berechnet aus allen gemeinsam das endgültige Oberflächennetz. So entstehen 3D-Datenmodelle, die man wiederum auf einem 3D-Drucker materialisieren kann. Allerdings liefert der Digitizer nur einfarbige Vorlagen.